Warum nicht? WTF? Wow, 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 wow! Alter, was war das? Was? Ich heb das Regal an und es fliegt einfach durch die Gegend und zerfetzt dabei. Okay. Ja, da ist Dorian vorhin vorbeigelaufen. Stimmt, ich kann ja auch ein Regal wählen. Hier steht ne Kissen. Ne Kanne, ne Teekanne, ne Fette. Ich schreibe auf dem Stuhl. Okay. Ich darf das nicht verraten. Der Stuhl. Also, Dorian ist es nicht aufgefallen. Ja, ich bin noch nicht so gut als Hunter. Oh, Alter, hier rastet gerade das Spiel komplett aus. Also die Physik, wenn ich irgendwas anhebe, geht hier alles drunter und drüber. Merk da, du scheiß Matratz, ich will diesen Schuh untersuchen. Ähm, WTF? Was liegt hier für merkwürdiges Zeug auf dem Deck? Manchmal will man das gar nicht wissen. Achso, das ist glaube ich vom Schiff gefallen und dann da respawned worden. Achso, ja klar. Ich hab ihn wieder runtergeworfen. Lukas, wo bist du? Kann ich dann vom Spectaten von Lukas weggehen? Äh, Leertaste, glaube ich. Ja, es gibt keine anderen Leute deswegen. Du kannst keine anderen Spectaten jetzt proben. Also frei. Ich wollte mich nicht mal bewegen. Genau, das geht jetzt. Ey, Lukas, wo steckst du? Beim letzten Mal war ein Tisch. Was war er? Was war er da? Die Zeit ist ein bisschen beschissen bemessen, wenn man irgendwo spawnt, wo es ganz kacke ist und man eigentlich ganz woanders hin will und verdammt. Da. Du hast 30 Sekunden nicht zu verstecken, das reicht ja nicht auch, finde ich. So. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Scheiße. Nein, das ist mein größtes Problem. Nein, auch bitte. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Äh, du hast, bist du gerade verreckt oder was? Nele. Ja, ich war das. Ja, super und ich bin mega unauffällig. Stimmt. Ich wollte die Norme. Es sei denn, ich habe mich jetzt gerade in den anderen Raum gebackt. Du bist schon mal keine Harpune. Nope. Ah, habe ich nicht. Schade. Habe ich gerade gesagt. Das sind die dünnsten Verstecke, die am Ende gewinnen. Leeroy Jenkins. Ich bin nicht in dieser Kiss. Ich bin nicht so als mein Mund. Weniger denken, mehr schießen. Ich glaube, so habe ich nicht in dieser Kiss. Die Tür geht nicht auf. Die Tür geht nicht auf. Doch, jetzt. Scheiße. Das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Ich kriege gerade ab. Doch. Lisa halt. Ist das Kind. Nein, der Map ist viel zu groß dafür. Nein, geh weg. Verpiss dich. Hau ab. Nein. Moment, lebst du noch? Scheiße. Ich schieße auf den falschen. Schuss, schuss. Ah, ich höre zu. Hä, wie bist du da hingekommen? Ich? Ja. Ja, gedruckter Sprung. Und dann verwandelt. Ich habe das nicht wieder bekommen. What the fuck? Obwohl... Ich glaube, die geht falsch rum. Fuck magic. Lass den Mund, dass du keinen Schaden nehmen, wenn ich einen Mülleimer erschieße. Nein, das ist verbuggt. Raus mit dir Mülleimer, ich will, dass du rausfliegst. Rett, die kann man auch nicht aufheben. Doch. Müsstest du. Scheinbar nicht. Dann kann ich hier wird auch irgendwelche verwandelt. Und immer noch hinten. Ah, jetzt ist es draußen. Okay. Was ist er? Keine Ahnung. Ach, stimmt. Ich wollte nur diesen verdammten Müller mal rausschmeißen. Alter! Wieso fliegen Dinge immer durch die Gegend, wenn ich sie aufhebe? Er war ja gerade da, Nils. Er war ja gerade der Mülleimer. Nein! Nein! Bist du so harter Blut gespitzt, der Mülleimer? Wahrscheinlich hast du mich getroffen. Nein. Ja, nicht gut, also wär schon Premium. Joa, ja, hätte was, hätte was. Vielleicht kann man keinen Mülleimer werden? Weiß ich nicht. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Oder doch? Das bist du nicht, oder Dorian? Nein. Doch, klar. Das ist ein bisschen blöd, man kann hier viele Sachen nicht aufheben. Also, ich könnte auch im echten Leben, glaube ich, sonst erst nicht hochheben. Ja, verdammt! Was war er? Er war, ähm... Nacktenkiste. Nacktenkiste, genau. Aber ich war verdammt gut versteckt. Das war nicht schlecht, gebe ich zu. Ja. Oh mein Gott, ich bin blind! Passiert mal. Vor allem, beim ersten Mal rennst du einfach in zwei Sekunden durch diesen Raum. Natürlich findest du mich da nicht. Ich war gerade in dem Raum, die Schrotpatronen liegen noch da rum. Okay. Und dann Clubelst du auch in einen 서울. Dann hab ich noch nie es Ihnen. Ich bin blind, vielleicht war ich noch nicht mehr. Und dann, ich bin blind, f россinsachfeiert. Ich bin blind, wenn es nicht mehr so ungefähr ist. Ich bin blind und möchte viel auf den Raum, die Leute sein. Ich bin blind. Ich bin blind. Ich bin blind. Ich bin wenn ich trotzdem nicht überwenden. Deine очень. Ich bin blind. Ja, stimmt. Ja. Egal wer der jetzt gerade in der Nähe war, er war in der Nähe von mir. Also Dorian ist auch schon an mir vorbeigerannt, ne, deswegen nur vorhin. Ja, das kann sein. Gut, egal wer jetzt gerade bei dem Müllcontainer war, er war in der Nähe von mir. Das ist nicht. Dorian, du hast um mich herum eigentlich schon ganz gut gesucht, aber mich halt nicht. Achso, das heißt Dorian ist in deiner Nähe. Ich bin im Gebäude. Im Gebäude? Ja. Aber beide sind bei dir in der Nähe? Hä? Nein. Nein, Dorian. Ich weiß nicht, wo du bist. Der, der bei den Müllcontainern war, war bei ihm in der Nähe. Nein, der, der bei den Müllcontainern war, war bei Lukas in der Nähe. Das denke ich war es du. Hä? Wo waren da Müllcontainer? Ich fände mich jetzt mitten in die Tür. Mal sehen, wer mich findet. Was für Müllcontainer, man? Wo steht es zwischen? Bei zwei großen Mülltonnen. Da. Diese Mülltonne. Da war ich. Hey Dorian, hinter dir. Da. Was? Verdammte Pflanze. Ich war die Pflanze hinten in der Ecke, neben dem Tisch. Du hast alle Stühle durch die Gegend geworfen und ich stehe in der Ecke. Hörbein. Miiiis. Miiiis. Also wir bleiben jetzt im Euro-Takt. Äh, wo ist das? Tut's mir leid. Tut's nicht, aufzulügen. Stimmt. Verdammt. Alter, das ist ja mal alles der Welt, man. Was? Bodenfelder. Ja, nein, eigentlich nicht. Es ist komplett in der Mitte Deutschlands. Ist für mich trotzdem auch mal alles der Welt. Entsicht? Auf geht's? Es wird immer noch alles dabei sein. Entsicht. Na das nicht fertig ist, geht's da. Entsicht. 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 Was ist das? Machen wir auch heiß-kalt. Also entweder ist in dem Raum hier eine Menge Papier, oder es ist ein Riesenhaufen Koks. Geil! Alter Nils, da war heiß und kalt. Das ist ja ureinfach jetzt. Koks ist immer heiß. Ich korrektiere, sie schneiden es nicht. Nee, ich kann es nicht. Die schneiden es auch wirklich nicht. Täusche ich mich, oder gibt es hier wirklich viel Papier, oder ist das alles Koks? Bitte, das ist ja nicht offensichtlicher, wo er sein kann. Das kenn ich nicht. Kistenweise Koks! Er ist in dem Lagerraum. Wahnsinn! In welchem Lagerraum? In dem du eben fast 3 gegangen bist. Hä? Links, rechts. Genau! Woohoo! Genau das hier. Genau das ist das Koks. Er ist wahrscheinlich die Wix-Papierrolle da rechts. Sagen wir es doch mal so. Sagen wir es doch mal so. Ich höre wieder, wie ihr alles gut macht. Ich hoffe, meine Versteck-Idee für die nächste Runde funktioniert. Okay, ich habe mich doch nicht getäuscht. Und damit, was ich bin, oder was? Nein, dass das doch geht. Was? Na, was wohl? Mein Versteck jetzt, oder was? Ja, genau. Doch, 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 doch. Das geht. Alle vorher, nein, das geht nicht. Natürlich geht das. Naja. Ja, was denn? Das sagen wir nicht. Genau, das sagen wir dir jetzt, damit du weißt, wo ich bin, ne? Jaha, ist doch voll logisch, Mann. What the fuck? Die ganze RP ist. Was läuft denn bei dir? Bist du tot, Dorel? Nö. Schade. Ich habe nur 10 HP verloren. Langweilig. Warte, du mit einer Granate verlierst du nur 10 HP? Nein, du verlierst je nachdem, wie viel du Schaden machst. Wie viele ich treffe? Ja, kennt ihr die ganze Zeit im Kreis, oder was macht ihr da? Ich habe gerade 55 HP verloren. Ja. Ah, wie war das jetzt, das geht mit dir? Ach so, Sessel gehen nicht. Ich weiß nicht, ob man Sessel werden kann. Warte, Mann. Wann jetzt, wo bist du denn? Kalt. Okay. Warte, bis sie bei 30 Sekunden sind mit dem Kaltraumspielen. Okay, okay. Nordpol. Ich, oder? Ich, oder? Nein, warte, ich muss warten, ich habe meine Vorgaben, Leute. Okay. Okay, also, wer ist das? Okay, das ist toll. Jemand macht schon wieder Fenster kaputt, habe ich daran gehört. Bleib, bleib doch mal alle stehen kurz. Ja. Dann kann ich das kurz analysieren. Also, Dorian geht grad so, Nele kalt. Nele wird wärmer, Dorian ist gerade erfroren. Nele erhnt auch gerade. Nele schwimmt gleich. Nele schwimmt in der Labe. Nele schwimmt in der Labe. Nele schwimmt in der Labe. Jetzt im Ernst? Hä? Ich bin Torland. Neun. Was war er? Na ja, sonst war es mal so Dorian. Hier. Ah, fick dich. Wie oft ihr diesen Mülleimer angeguckt habt und nie habt den drauf geschossen. S-Bahn. Die S-Bahn. Du hast so gefolgt, dass wir die U-Bahn nehmen. Nimm die F-Bahn. 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 Ach, Scheiße wird dir aufgenommen. Ich kann's ja noch rausschneiden. Okay, Gott. Nein, warum soll ich das tun? Wenn der Österreicher sowas sagt, kommt das in die ganze Video. Ich wollte das sagen, aber das Prinzip, aber weil du der Österreicher bist, muss das ein W-Bahn. Ja, Scheißding, weg mit dir. Ja, ja. Wo war's ich? Scheiße, Mann, Tafka. Ja, der Punkt ist, er hat sich da versteckt, wo ich mich vorhin versteckt hatte. Ich wusste natürlich, dass da keine weitere Kiste stehen sollte. Hä? Alter! Richtig geil, Dorian. Ja, ich halte mich an die Vorgaben, ne? Ja, ja, keine Frage. Das ist schon ganz schön Premium. Ja, Alter, es ist einfach so schon an die Vorgaben verhalten, dass es unfair ist. Ah, ah! Oh, 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 oh! Ich war ja jetzt Fernbedienung mit dem ganzen Müll auf dem Boden. Ich war ja hier bei der Konferenz-Kommer-Fernbedienung. Ach, nein. Doch, das war richtig cool. Nicht schlecht, Dorian, nicht schlecht. Ach, nein. Ich war ja hier bei der Sonne. Ich war ja hier bei der Sonne.